Ah, der ist schon da aus, Barry! Ah, ich auch! Das ist das gruseligste Roblox-Spiel, was ihr jemals gesehen habt, Leute. Und das spiele ich auch nicht alleine, und zwar mit Barry zusammen. Oh mein Gott. Barry ist hier. Ey, Barry, guck mal, was da steht. Karneval Horror-Hobby. Oh Gott, wie gruselig das ist, oder? Oh mein Gott, guck mal, wie das schon aussieht. Oh mein Gott, da laufe ich gerade rein. Barry, du bist doch auch da, oder? Ich bin auch da, Janssen. Wo bist denn du? Oh mein Gott, guck mal, Alter, steht... Das ist der Karneval des Schreckens. Oh mein Gott, da wird sogar ein Clown gesucht. Das heißt, der kann uns verfolgen, Barry. Guck mal, Barry, was da oben steht. Geschlossener Park. Hä, wie sollen wir denn da rein, wenn der Park heute geschlossen hat? Ich weiß auch nicht, Barry, komm mal kurz hier hin. Was steht denn bitte, was steht denn bitte da? Oh mein Gott, hier steht etwas auf irgendeiner Clown-Sprache. Ist das nicht gruselig? Äh, Janssen, ich glaube, wir sollten jetzt einfach abbrechen und nicht in den Park gehen. Doch, 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 Leute, wir gehen jetzt in den Park. Lass dafür ein Like für uns da, weil wir uns das trauen. Let's go! Let's go! Alter! Ah, ich will da nicht rein! Schau dir das mal an! Oh, Janssen, das sieht gruselig aus! Oh mein Gott, das sieht ziemlich gruselig aus. Nicht nur gruselig, sondern ziemlich. Und was ist das denn? Jumpscare? Hä, was ist das denn hier? Äh, zum Glück. Oh, 400 Robux, lass mal sein. Ja, aber ich weiß genau, was das ist da. Springt dann einfach so ein Emoji auf sich. Oh mein Gott. Ey, traust du dich jetzt hier reinzugehen? 1,2 Arzt, du bleibst jetzt hier draußen und ich laufe mal rückwärts rein, okay? Nein, Barry, nein, ich kaufe uns jetzt beide zwei Tickets. Zwei Tickets, bitte! Kau, kauf mal zwei Tickets. Okay, habe ich kaum. Mein Geist hat mir das verkauft. Komm jetzt rein! Let's go! Oh, Leute, das ist so dumm! Oh, es ist gruselig! Oh mein Gott! Okay, Leute, jetzt geht es mal hier richtig los. Hier, guck mal, wie das hier aussieht, Barry. Hier leuchtet einfach alles so rot, weiß, rot. Ja. Ey, oh, oh, das sieht gruselig aus hier. Ey, Barry, jetzt fall nicht in das Wasser da rein, ja? Das ist ganz anders als Barry's Prison. Das ist was ganz anderes. Barry, das ist ja auch nicht Barry's Prison. Das ist die gruseligste Obby von Roblox. Er denkt auch, wir spielen hier Barry's Prison. Dein Ernst, Barry. Oh, tatsächlich kann das sein, dass man hier einfach nicht überlebt. Also, so wie bei Jumanji, dass man ja auch in echt hier nicht überlebt. Ja, genau, Barry. Deswegen pass lieber auf. Du darfst hier nicht verlieren oder nicht runterfallen. Okay, wir haben schon mal ein Checkpoint. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter, Barry. Pass auf, ja? Wie soll ich denn bitte da rauf? Wie soll ich denn bitte da rauf? Oh Gott. Nein, das ist nicht möglich. Doch, doch, das geht, Barry. Let's go. Konzentration. Okay, wir haben es geschafft. Wir dürfen hier nicht hinfallen. Ich glaube, wir müssen das da hinten auch öffnen. Guck mal. Damit öffnet sich wahrscheinlich unsere Tür. Guck mal, wie verrostet das alles hier ist. Alter, Barry. Oh, ja, ja, ja. Jace, du hast recht. Ja, oder? Habe ich richtig gemacht? Hast du richtig gemacht? Ja, oder? Und jetzt lauft die Leiter hier hoch? Okay, ganz vorsichtig, Barry. Wir dürfen hier nicht runterfallen. Ey, wie gruselig der Eingang war. Ich meine, hier wartet doch bestimmt ein Clown auf uns. Hast du am Anfang des Spiels gesehen? Der Clown wird gesucht. Und wenn jetzt aber da irgendwo so ein Jumpscare kommt, ne, wo einer uns jetzt anschreit oder so, dann mache ich aus. Ich sag's dir. Oh Gott, egal. Komm. Ah, da ist ein Ballon. Hast du's gesehen, Barry? Was? Ich hab nix gesehen. Da war ein Ballon. Ich hab Angst. Hey, derzeit. Barry, traf mich. 500 Robux, wenn du in den Schatten hier reinläufst. Okay, ich lauf mal rein. Ich lauf. Ah, weg da. Ich geh schnell wieder raus. Leute, ich schaff das nicht. Aber habt ihr das gehört? Alter, da kommt jemand. Oh, warte. Barry, Barry, hau an. Roland, nach links oder nach rechts? Äh, links. Ah, der ist jetzt aufs, Barry. Barry, guck nicht nach hinten. Guck nicht nach hinten. Ah, wurdest du gerade gefangen? Ich wurde gefangen. Ah, ich auch. Ah, Leute, das ist richtig schlimm. Komm, Barry, jetzt wissen wir wenigstens, wo es lang geht. Oh, mein Gott. Ich lauf dir hinterher einfach. Ey, Leute, lass dich. Oh, Gott. Guck mal, wie da aussieht. Der wird gesucht, der Eklige. So, nach links. Jetzt. Ja. Nach rechts. Okay. Und ich glaub, wieder rechts jetzt. Ja. Und dann. Direkt hinter dir. Achtung, jetzt öffnet sich ein Tor hier. Jetzt hier rechts. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Grün, alles. Danke. Komm, Barry, komm, 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 komm. Jetzt schnell links. Oh, Gott. Ah, der ist aber noch hinter uns. Barry, wir müssen hier jumpen. Jump. Ah, nein. Ich bin auch nicht bom. Barry, das kann doch nicht wahr sein. Wieso passiert uns das? Wir haben so Unglück. Es reicht ja schon, dass dieser Horrorclown uns hier die ganze Zeit verfolgt. Und jetzt, was auch noch. Komm, Barry. Diesmal springen wir nicht zu früh, okay? Wir machen das jetzt. Guck mal, jetzt wieder nach links. Ah, rechts. Ah, rechts. Entschuldigung, Barry. Das ändert sich. Das ändert sich. Barry, du schaffst das, okay? Dann spring mal wenigstens du rüber, ja? Du schaffst das auch. Ja, ich schaff das, ich weiß. Oh, Mann, Leute. Das ist so gruselig. Mann, Leute. Ich wollte nicht. So. Jetzt nächstes Ding leuchtet doch viel zu spät. Das ist euch doch schon mal aufgefallen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das leuchtet einfach. Ich war viel zu spät. So, jetzt hier rein. Ich hab's geschafft. Du? Ich bin auch da. Ich warte ja auf dich. Komm. Okay, okay. Ich komme so jetzt. Aber meinen Jump schaffe ich. Jetzt schaffe ich meinen Jump. Oh, Jump. Let's go. Okay. Ah. Leute, fast wäre ich in Lava reingefallen. Barry, bei dir alles okay? Gut. Ich bin hier mit dir. Und wir laufen jetzt gemeinsam. Okay, let's go. Ey, hier ist es doch immer so dunkel. Guck mal, wie schwer die das Ganze hier gemacht haben. Richtig dunkel ist das hier. Oh. Barry. Du bist ins Volava reingefallen. Du hast dich in Stücke. Ja, tatsächlich. Gott. In Stücke bist du kaputt gegangen. Egal, wenigstens bist du jetzt schon wieder da. Barry, dein Ernst? Barry? Ja, Barry ist heute irgendwie nicht so gut. Ja, warum? Konzentrierst du dich etwa nicht? Es ist dir nicht wichtig, hier auszubrechen, Barry. Ach, ich bin doch hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, okay. So, was steht hier? Kill all? Barry, dich da anfassen. Komm jetzt. Pass jetzt auf. Schau mal, wie schlimm das hier aussieht. Oh mein Gott. Ich hab doch hier so etwas Schlimmes gespielt. Ich bin runtergefallen. Barry, oh Gott. Das ist nicht einfach, oder? Weiter. Stopp. Weiter. Stopp. Noch einmal leer. Ganz noch einmal leer. Ah, ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das war echt knapp, Leute. Oh, nee. Das ist nur so eine kühle Obby, Mann. Ihr müsst das auf jeden Fall auch spielen. Oder? Oh mein Gott. Call of Mirrors. Du weißt, was das bedeutet. Das sind ja alles Spiegel. Spiegelkabine. Aber guck mal, was hier ist. Was ist denn? Alter, Barry, das ist schon gruselig. Wieso gehst du da raus? Leute, schaut euch das mal an. Ich sitze jetzt hier auf so einem Karussell mit so einem Horrorclown. Oh mein Gott. Barry. Barry, guck mal. Ich hab mal eine Frage. Ja. Siehst du hier bei irgendeinem Pferd einen Schlüssel? Dein Ernst? Warum fragst du mich das denn? Geh mal ein bisschen gucken. Ich hab da irgendwo einen Schlüssel gesehen. Dein Ernst? Kann man hier einen Schlüssel finden? Wo denn, Barry? Siehst du da irgendwo einen Schlüssel? Nein. Veräppelst du mich gerade? Ja. Ja. Oh mein Gott. Den musst du mitnehmen. Hab ich jetzt genommen. Dort ist recht. Da war einfach ein Schlüssel. Na klar. Oh mein Gott. Okay. Spiegelkabinett. Oh Gott. Hier links oder rechts? Links? Boah. Gute Frage. Komm links. Okay. Wir gehen links, Leute. Das ist so scary. Öffnen. Let's go. Oh oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Bitte, bitte. Nicht schon wieder. Okay. Oh. Okay. Und du weißt, was ein Spiegelkabinett ist. Man kann gegen Wände. Oh Gott. Guck mal. Ich bin gerade gegen eine Wand gelaufen. Direkt hinter dir. Okay. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Oh du machst das richtig gut. Oha. Ich hatte richtig Glück. Berry. Ich hasse Spiegelkabinett. Wieso sind hier mal Spiegel? Mann. Hier lang. Ey, Justmel. Hier lang. Du läufst ja immer nur gegen Spiegel. Ey, mach das doch selber besser. Wirklich. Okay, lauf du mir hinterher. Komm. Mann, Berry. Ich will das hier selbst schaffen. Das schaffst du aber nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, wäre ich einfach mal von woanders reingegangen. Ich hasse so eine Spiegelkabinett. Das wusstest du. Ja, ich bin echt stumm. Immer wenn ich im echten Leben in so etwas drin bin, komme ich nie raus, Berry. Ja, ich glaube, wir kommen heute auch hier gar nicht mehr raus. Oh nee. Es sieht wirklich schlimm aus. Oh Gott, vielleicht von hier. Guck mal. Ey, wenn wir das schaffen, sind wir richtig gut. Oh Mann, ey, Leute. Ah! Ach, stopp. Stopp, stopp. Komm, komm, schnell. Lass uns. Oh nein, wie geh ich denn da weg? Ich weiß nicht. Was denn? Oh nein. Ihr müsst doch einen Weg geben. Mann. Hier lang, komm. Berry wo? Hier. Hier, hier. Was denn? Komm. Genau da rein, komm. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Leute, was ist das denn? Ey, das sind Flammen. Oh. Du darfst das nicht berühren, Berry. Das sind Flammen. Alter. Alter. Leute, das ist doch nicht mehr lustig, ey. Wirklich. So, jetzt. Oh. Und jetzt. Oh Gott, Berry. Lauf doch nicht in meiner selben Linie. Oh. Das ist richtig schwer. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Oh nein. Aber warte mal. Ich hab's geschafft. Berry. Ich geh nicht alleine hier rein. Das ist unmöglich. Nein, Berry. Du schaffst das schon. Mach einfach. Guck mal. Hier ist einfach eine Tür, die komplett schwarz ist. Berry. Ich trau mich da nicht alleine rein. Ey, ich hab so Angst. Ich hätte so Angst. Berry, ich trau mich da nicht alleine rein. Ich warte auf dich, ja. Komm, du schaffst das. Berry hat's auch endlich geschafft, Berry. Wer von uns geht da als erstes durch die dunkle Tür? Du, oder? Okay, komm, ich steh rein. Bleib du hier, ja? Okay, und? Berry, dein Herz? Spaß. Spaß. So, was gibt's denn hier so Tolles? Aha. Pass auf, da ist so ein Hammer. Alter, du wurdest gerade vom Hammer getroffen, Berry. Ja. Alter, wie soll man das denn bitte nicht schaffen? Wie soll man das denn bitte schaffen? So. Aha, aha. Aha. Jetzt. Oh Mann, der trifft mich die ganze Zeit, Berry. Das ist unmöglich. Wir müssen mir jetzt richtig schlau überlegen, Jansel. Ich versuch das mal jetzt. Noch einmal. Also, wie hast du das geschafft mit dem Hammer? Also, du musst erst mal über Lava springen. Wie denn? Danach anhalten. Hä? Was für ein Lava springen? Was redest du eigentlich die ganze Zeit, Berry? Egal, ich hab's nicht geschafft. Genau so. Ja, aber was heißt denn hier über Lava springen für blöd? Mann, das fällt noch einfach. Aber er erklärt mir das und wird selber getroffen. Nein! Berry, das ist schwer. Nein, das ist unmöglich. Mann! Das werden wir noch niemals im Leben schaffen. Mann! Wir müssen. Wir müssen. Ey, wenn ich jetzt hier zum 100. Mal verliere, na? Kann doch nicht wahr sein. Okay, sehr wichtig. Berry, ich bin zu dick. Ich bin auch zu dick. Wir kommen hier nicht voran. Ich bin einfach zu dick, Berry. Oh Gott, oh Gott. Ey, Mann. Es kann sein. Dieser Hammer ist schlimm. Ich sag dir jetzt auch mal warum. Was denn? Warum? Wir dürfen nicht laufen. Wir müssen springen. Wie springen? Okay, springen also. Jumpen, ja? Ja. Okay. Und jetzt? Okay, du hast recht. Ich hab's geschafft, Berry, ja? Genau, weiter geht's. Leute, das ist so schwierig. Ich hab noch nie so eine schwierige Obby gespielt. So, und meine Chance. Hast du. Ja! Nimm die Chance. Ah! Ich bin doch runter ins Wasser gefallen. Mann, mein Gott. Wie ihr sehen könnt, haben wir das gerade eben geschafft. Oh mein Gott, Berry. Wir haben richtig gut gemacht, ja? Das war so schwer, ne? Das war echt schwer. Und hier musst du jetzt auch auf jeden Fall aufpassen. Oh mein Gott. Direkt schon verloren. Ey, das ist aber offiziell die schwierigste Obby, die wir jemals gespielt haben. Ja, noch nie in meinem Leben, Jatzel, hab ich etwas Schwierigeres gespielt als das. Ey, Leute, habt ihr schon mal so etwas Schwieriges gespielt? Kommentiert mal. Und liebt ihr eigentlich alle meinen Gaming-Account? Wenn ja, lasst auch gerne mal ein kostenloses Abo noch da, falls ihr mir noch nicht folgt. Bis wir folgen kostet gar kein Geld. Ihr könnt einfach nur auf Abonnieren drücken und dann seht ihr immer wieder meine Videos. Wir machen ja immer wieder so coole Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Und dann unterstützt ihr uns natürlich mit jedem Follow. Berry, hast du gesehen? Was passiert hier? Oh mein Gott. Berry, da ist ganz viel Gas. Oh nein, wir kommen nicht zum Exit. Ich bin umgeknippt. Ich auch, Berry. Wir kommen nicht zum Exit. Ah. Siehst du den Horrorclown? Was ist denn hier bespielt? Mein Gott, siehst du den Horrorclown, Berry? Wir müssen jetzt hier durch. Oh Gott. Pass auf. Du kriegst einen Antrieb. Antrieb in den Tod. Und Alter, let's go. Leute, wir haben so einen Speedrun hier. Guckt mal, hier hängt ganz viel Popcorn und Cheeseburger. Und Getränke sind hier auch. Seht ihr das? Einfach ein Horror-Karneval-Land hier. Ey, plötzlich, das ist so gruselig gerade. Oder? Wir sind einfach im Himmel. Oh mein Gott, Leute. Wie sind wir im Himmel? Heißt das, wir haben uns vergiftet und sind im Himmel? Ich glaube, wir sind schon tot eigentlich, ne? Oh mein Gott, Berry. Man springt richtig hoch, wenn man hier hingeht. What? Wow. Weißt du, was wir machen müssen? Von dem Sprung zum anderen Sprung zum anderen Sprung. Alter, schaffen wir das? Oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß auch nicht. Vom Trampolin zum anderen Trampolin. So, hier lang, dann da lang. Oh Gott, da fällt man doch runter. Egal, wen ich so springe. Guck mal, wenn du hier so springst, ne, Berry? Ja. Oh Gott, dann kannst du direkt da auf das Grüne springen und von dem Grün dann auf das andere. Ah, ja, 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 ich verstehe. Leute, das ist aber nicht einfach. Das war sehr schwer. Ja, das ist extrem schwer. Oh Gott. Warte mal. Oh Gott. Leute, wie soll ich das denn schaffen, Mann? Mann, ich brauche sowieso einen Noob und dann spiele ich hier noch solche Pro-Spiele. Das ist extrem schwer, ne? Ey, Berry, weißt du, wie man am besten sieht, wenn man seine Kamera so runter macht, ne? Dann sieht man aber... Ja, dann sieht man all diese Trampoline. Okay, dann machen wir mal die Kamera ganz weg. Genau, seitdem ich das mit der Kamera gemacht habe, kann ich viel besser sehen, Berry. Ich bin jetzt auch schon hier bei dem Roten und jetzt nur noch ein Sprung. Ja, ich habe es geschafft, Berry. Ich habe es geschafft. Ich sage dir, du schaffst das, wenn du die Kamera runterhältst. Verstehst du? Okay, okay, okay. Dann siehst du, wohin du springst. Ganz ruhig dann. Jetzt auf lila. Danach gleich auf rot. Achtung. Genau, genau. Und jetzt noch hier hoch. Und rot wohin? Hier hoch. Hier ist so eine Platte. Oh. Nein. Du bist gerade vor mir runtergefallen. Berry, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wirklich. Das ist richtig schwer, Jansel. Ach man, Berry. Wirklich, das waren nur noch so wenig. Beide geschafft. So, wie geht es eigentlich hier weiter? Schau mal. Er heißt Carrie. Was ist denn da los? Berry, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, ich bin da, ich bin da. Keine Zeit für Spielchen. Guck mal. Hier über diese Röhre klettern. Ey, das ist so schwer. Es war zu windig. Es war zu windig. Das schafft man doch nicht. Leute, wir haben einfach so etwas Schwieriges ausgesucht. Ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wir spielen gerade das schwierigste Hobby in ganz Roblox. So, weiter geht's. Siehst du, da gibt es auch so Ballons, die fliegen und sowas. Siehst du das? Ich sehe das, Jansel. Ich will hier einfach nur raus. Ich will nach Hause. Müssten wir jetzt auf diesen Lolli? Ja. Oh mein Gott, Berry, wir sind beide drauf. Oh Gott, oh Gott. Wir haben es geschafft. Weiter geht's. Ey, irgendwie sieht das auch hier aus wie Toy Story, oder? Ja, oder? Aber ich habe richtig Angst. Das ist so eine Grusel-Obby. Ich bin einfach runtergeflogen. Ich bin so schlecht. Egal, Berry. Wenigstens bist du weitergekommen. Geh weiter. Ich komme jetzt wie im Flug zu dir, okay, Berry? Leute, ey, echt? Das macht mich hier richtig sauer. Also, für mich macht das hier gar keinen Spaß. Das ist echt schwierig. Mann! Das ist keine spaßige Hobby. Das ist eine schwierige Hobby. Das ist eine schwierige Horror-Obby. Das ist gar nichts für Noobs. Ey, ich bin ein Noob. Und für mich sollte das Ganze einfacher gemacht werden. Und nicht so schwierig. Und das ist auch hier oben so richtig windig, oder, Berry? Extrem windig. Ich kann mich hier gar nicht halten, Jarzell. Ach, Mann, ey. Hier hinten bin ich. Wie? Du fliegst auch da oben gerade weg. Ich sehe dich, Berry. Ich sehe dich. Ja, ich warte auf dich. Ich will nicht allein. Ja, ich warte auf dich. Siehst du mich? Und da, ich habe es geschafft. Endlich. Ich kann dir jetzt mal spoilern. Gleich werden wir fliegen. Dein Ernst? Ja, ich habe schon kurz mal reingeguckt. Müssen wir da rein? Ja, aber du darfst nichts berühren. Okay, okay, okay. Oh Gott. Das ist aber schwer, Berry. Du darfst nichts berühren, Jarzell. Wie soll ich das damit schaffen? Oh Gott, Leute, guckt mal. Da ist einfach so ein Laser aufgegangen. Oh Gott, das ist schwierig. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hast du es geschafft? Nee, ich bin direkt hinter dir. Oh Gott. Vor allem unten wird es immer enger. Noch enger? Ja, unten musst du richtig schnell sein. Mist. Hier oben ist es noch langsam. Guck mal, hier oben ist es noch langsam. Und jetzt, je weiter wir runtergehen, wird es immer schneller. Guck jetzt, siehst du? Wird immer windiger. Nee, das Ganze, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das heißt nicht umsonst die schwierigste Obby auf der ganzen Welt. Ich habe es geschafft. Ich habe es einfach geschafft, Berry. Ich komme. Komm jetzt, komm jetzt. Hier ist noch ein Step, was wir machen müssen. Let's go. Dann hast du dich befreit? Ja, Berry. Ey, das ist einfach so ein Horrorzirkus. Dann gehen wir ins Zirkus. Ey, der Clown ist so gruselig. Der Clown ist richtig gruselig. Komm, jetzt müssen wir in den Zirkus gehen. Komm. Komm, wir müssen in den Zirkus gehen. Let's go. Ich war zu schnell. Ich bin runtergeflogen. Ich bin auch immer viel zu schnell hier. Oh Gott, ey. Der gibt uns so einen Horrorboost, ey. Der will einfach, dass wir runterfliegen. Weißt du, ne? Ja, diese Horrorkräfte, ne? Leute, ich schwöre, das macht mich so wütend. Das kann doch nicht wahr sein. Und dieser Wind da oben ist schlimm. Das ist so stark. Ich hab's geschafft. War voll schwer. Oh Gott. Oh, das ist ein Hammer. Komm mal, das ist ein Hammer. Oh. Oh. Ich schaff das. Berry, wo bist du? Ich bin hinter dir, Jacelle. Ich schaff das nicht. Okay, okay. Hier ist die Uhr. Oh Gott, du musst aufpassen. Ich glaub, du darfst den Zeiger nicht berühren. Oh Gott. Leute, jetzt nur noch hier. Ah. Berry. Man springt einfach. Man springt bei dem Gummiball. Bei dem Gummiball springt man, Berry. Ich versuch's. Wie? Du hast es noch gar nicht bis da vorne geschafft. Ich hab's nicht bis dahin geschafft. Ey, aber weißt du, was schlimm ist? Sobald du da bist, kommst du ja auch immer noch nicht weiter. Ey, Leute, wir kommen hier einfach nicht weiter. Und wer von euch sehen möchte, wie das im Zirkus da hinten aussieht, der liked jetzt auf jeden Fall für den nächsten Part. Bei 1000 Likes machen wir Teil 2. Deswegen alle ein Like und ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.